Im 21. Jahrhundert, in der heutigen Zeit, ist das Bild der muslimischen Frau geprägt von Vorurteilen. Überall in den Medien, in der Politik, im Internet wird die muslimische Frau als ein Opfer des Mannes dargestellt, die unterdrückt wird und kein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben hat. Nein, sie gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie beschuldigen den edlen Islam, patriarchalisch zu sein, indem sie sagen, der Islam gewähre der Frau keine Rechte. Diese Lebensordnung sei eine von Männern dominierte Religion. Das Bild der muslimischen Frau wird so dargestellt, als müsste sie gerettet werden. Sie müsste befreit werden, damit sie sich entfalten kann und so dann erst am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Der islamischen Frau wird suggeriert, sie sei aufgrund des Islam und der Männerdomäne nicht fähig, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Sie sei aufgrund des Islam und seiner Gesetze wie dem Hijab nicht fähig, Großes im Leben zu erreichen. Ist das aber wirklich so? Nein, meine geehrten Schwestern, keineswegs ist das so. In der Vergangenheit, in der Geschichte des Islam, in diesem edlen Dien gab es nicht nur ehrenwerte männliche Persönlichkeiten. Der Islam hat genauso weibliche Persönlichkeiten hervorgebracht. Persönlichkeiten, die Großartiges hervorbrachten. Ehrenwerte Frauen, die für diese Ummah ihr Hab und Gut aufopferten, um Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Eine Frau, wie Fatima al-Fihri. Aber wer war diese Frau? Sie war die Tochter eines sehr wohlhabenden Kaufmanns. Nach seinem Tod erbte Fatima sehr viel Vermögen und viele Ländereien, die sie nicht zur Oasen der Schönheit werden ließ. Noch baute sie sich dort ein Schloss. Nein, sie schwor sich, ihr ganzes Erbe auf dem Wege Allahs auszugeben. Vielmehr ließ sie darauf eine Moschee errichten. Sie baute die Qarawiyyin-Moschee mit einer angeschlossenen Schule. Dies alles, meine geehrten Geschwister, geschah im Jahre 859, mitten im Ramadan. Noch vor dem Bau der Azhar-Universität in Ägypten. In der Geschichte der Menschheit war sie die erste Frau, die eine Universität gründete. Diese Universität erlang im Laufe der Zeit großes Ansehen. Politische Diskussionen und religiöse Unterweisungen fanden dort statt. Später kamen naturwissenschaftliche Fächer hinzu. In dieser Madrasa studierten unter anderem Gelehrte wie Ebn Khaldun. Sie bildete die Brücke zwischen Orient und Oksinem. Europäische Gelehrte wie Durlak, auch bekannt als Papst Silvester II., studierten dort. Er war es, der dadurch die arabischen Ziffern nach Europa brachte. Lehrbücher aus der Medizin und der Astronomie wurden von den europäischen Gelehrten vom Arabischen ins Lateinisch übersetzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr gnädig sein und ihr die höchste Stufe im Paradies gewähren. Während die islamischen Frauen aufblühten, befand sich Europa noch im dunklen Mittelalter. Sie betrachteten Frauen als Menschen minderer Art, als dem Mann nicht ebenbürtig. Sie wurden der Hexerei bezichtigt und verbrannt, systematisch unterdrückt und versklavt. Doch der Islam ehrte die Frauen. Eine Frau wie Siddha Sham, die zweite Schwester von Salahuddin al-Ayubi, der erste Sultan von Ägypten. Sie förderte die Wissenschaft, gründete Schulen. Eine davon ist die Madrasa al-Shaimiyya al-Kubra im syrischen Damaskus. Ihr Vermögen gab sie für diese Schulen aus. Die besten Gelehrten ihrer Zeit studierten dort. Das sind nur zwei Frauen von zahlreichen, die ihr Leben dem Islam widmeten und dadurch Ehre erhielten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie alle reichlich belohnen und in Jannah vereinen. Meine geehrte Schwester, jetzt rede ich zu dir. Lass dich nicht von dem leeren Gerede der Mainstream-Medien beeinflussen. Egal was und wie die Gesellschaft über dich denkt, du hast deinen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dein Abmühen auf dem Wege Allahs wird reichlich belohnt. Denk doch mal an die unzähligen Frauen, die ihren Wert und ihre Rechte, die der Islam ihnen gab, kannten. Sie dadurch Berge versetzt und ihren Teil zum Islam beigetragen haben. Durch ihr Engagement und ihren Eifer öffneten sie so vielen Muslimen die Tore zum Wissen. Sie gaben ihr Hab und Gut, um Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Nehme sie zu Vorbildern und versuche ihnen nachzueifern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020